hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute mal wieder in shadow warrior 3 denn wir wollen ja auch wissen wie hier die geschichte weitergeht ich wünsche euch viel spaß und denkt immer dran däumchen nach oben abo reindrücken und viel spaß gewünscht so liebe freunde hier sind wir beim letzten mal stehen geblieben ich wollte hier vorhin aufnahme machen da hatten wir leider stromausfall deshalb ist das tor auch schon auf aber nichtsdestotrotz ich würde sagen wir gehen hier rein naja wir wollen mal laufen dass was schaffen also ränder das ist gar nicht so einfach wie es aussieht so das scheint doch los zu sein oder so was machen wir jetzt hier ich habe kein gutes gefühl jawoll erstmal entfahren lassen wow 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 okay Heads are not supposed to do that! I'm stretching! So? How do you feel? Amazing! Like a god! Yeah, no, not that I don't appreciate what you did, but... ...no naked hugging. I'm glad you're here, buddy. Das ist Freundschaft. Aber wie wird's jetzt weitergehen? Damn! I... Whoa! And, uh... What is this exactly? It's, uh... A... Chi... Canon! So we can blast that filthy reptile out of the sky! You're in for quite a ride, brother! Just follow my lead! Okay, auf den Ritt bin ich schon gespannt. Die große Chi-Kanone. Woah! Guckt euch das hier an! Guckt euch das hier an! Abartig abgefahren! So! All right, Pookie! Dragon Destruction 101! First lesson? The dragon is drawn to magic! Turn on the machinery and it'll appear! Drawn like a moth to a flame! Follow those pipes! Or as us pros like to say, siphons! Turn them on! Once activated, the siphons release a ray of unfiltered Chi! A spectacular source of power and light! You got all that? Anyone who's played a video game in the last 10 years gets it! Okay, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Aber erst die Kanone anmachen, dann den Lichtstrahl aktivieren und dann... Äh... Was war mit Videospiele der letzten 10 Jahre? Wow! Wow, da sind wir schon mal rüber! Leute, ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab die Hose gestrichen voll! Und schon wieder die kleinen Kanickel! Und was ist das für eine Rohrleitung? Muss ich hier den Knopf aktivieren? Interagiere! Na dann! So! Das haben wir gemacht! Und hier auch nochmal! Interagiere! Jetzt ist da die nächste Stage! Jetzt sag mir nicht, ich muss hier durch! Ich... Ich sollte doch die Kanone... Äh... Bruder! Nicht dein Ernst! Wie soll ich denn da rüberkommen, bitteschön! Ich bin ehrlich! Und ich will nicht, dass du das falsch machen willst! Aber operieren dieses Glitchi-Equipment wirklich krass! Ich bin nervös! Vielleicht ist das für Menschen und ihre eskürzische Zache-Bänden! Du wirst natürlich nicht auf die Scale dieser Endeffektung! Es geht nicht auf die Verzweite, Hoji! Ich bin eher ein gufft-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher-vorher. Ich bin nicht auf... ...puzzles! Und ich kann nicht wirklich glauben, dass du diese Wurzeln hast. Du magst, wie die rays schreiten? Sie sind sehr schrecklich! jetzt bin ich da angekommen drauf schießen und dann ganz schnell wow und dann darüber kriegen wir alle hin wir haben doch geübt wir sind doch profis möchte eine hasenbraten man ist das jedes mal eine sauerei ich denke mal hier wird jetzt wieder ein böser wettkampf stattfinden leute ich habe die hose gestrichen voll ich weiß nicht warum aber die biai schweinewaggen so 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 Woher werde ich beschossen? Die kommt nämlich gar nicht bis dahinten hin. So, na dann, nachdem wir hier eine Riesensauerei veranstaltet haben, die uns ja gar nicht stört. Why just capture it? Why not just blast it to smithereens? Because dragons contain incredible energy. It's like a giant magical battery. We captured it and used it to power us. That's how we brought balance to the Shadowlands. Okay, habt ihr das verstanden? Na dann. Ich weiß nicht, was hier noch abgeht. Oh, mal wieder ein paar Kanickel. Nein, heute nicht. Es gab vorhin Kaninchenbraten. Wups. Oh, da hinten gibt's wieder... ...eine Dingenskugel. Ein Upgrade. So, jetzt haben wir unsere Waffe wenigstens ein klein bisschen aufgerüstet. Das sieht hier nicht gut aus. Ich wusste es. In your face, Bruder. Wow. Was kommt hier? Bruder. Lass es sein. Wett mit dir. So, noch einer. Oh, ab. Ey, was wollen die hier alle von mir? Wow, und die... Oh, hier sind lauter Würmer. Hilfe. Echt. Und... ...kopflos durch die Nacht. Hat es dir doch Freude gebracht, oder? Oh, diese... ...scheiß Würmer. Wo sind die? Oh, hier ist ja wieder alles vertreten. Komm, gib mir deinen Arsch hier. Damit ich dich... Wuppa. Ey, die werden... ...richtig fies, die Jungs. Wow. So, Feierabend hier. Boah, ich kisch die da oben nicht weg vom Himmel. Das kann nicht wahr sein. What? Ich muss erst mal ein paar von den Kleinen hier wegkriegen. Und die sind hier überall. Hilfe. Wuppa. Wenn diese alten Würmer hier nicht wehren. So, dann... ...wollen wir mal schauen. Boah. Boah. Gleich zwei von denen. Wuppa. Das kann nicht wahr sein. Noch mehr. Was? Lasst mich doch zufrieden. Boah. Das ist so fies hier. Boah. Ich krieg die nicht weg hier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht mehr wohin. So, der eine ist weg. Okay. Ich muss sehen, dass ich den Kampf hier gewinne. So, Bruder. Wie schmeckt dir das denn? Boah. Die gehen nicht kaputt, ey. Das ist Wahnsinn. Weg mit dir, Bruder. Also, kommt her. Für euch habe ich hier noch ein bisschen extra über. So. Komm, da brauche ich den großen Werfer. Komm, dreh dich um. So, was? Der ist nicht kaputt. Boah. Ich brauche Lebenspunkte. So. Wo ist hier noch einer? Haben wir sie jetzt? Boah. Ein elender Drecksack. Verrecke. Boah. Jetzt kommen auch noch die Ziermonika-Typen. Feier. Ho. Ho. Mittelt. Ho. Ho. Ich muss nur aufpassen, weil die Disks schmeißen. Die müssen doch eigentlich davon kaputt gehen. Haben die gar nicht eine besondere Waffe drin? Nicht. So, komm, gib mir mehr von dem geilen Scheiß, den du nie genimmst. So, wo seid ihr? Weg. Ich schnitz euch auseinander wie Spaghetti. Boah, das ist immer so hektisch hier. So, was? Das muss doch hier mal ein Ende haben. So, wow. Leute, also die Kämpfe werden hier echt immer interessanter. Und ich weiß nicht, wo das noch enden soll. Na dann, weiter geht's. So. Na dann. Dann schauen wir mal, ob's diesmal besser wird, oder? Das muss doch hier irgendwann mal. Jetzt sind wir ja schon wieder hier. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder interagieren. Ach, wir müssen der Leitung folgen. Na dann. Hier ist noch ein Knopf. Na dann wollen wir den mal nutzen. Ups. Und jetzt? Jetzt habe ich Angst, weil wenn jetzt der kommt. Ich muss euch warnen, Lo-Wang. Der Dragen geht in deine Richtung. Nicht überraschieren die Macht dieser Kräfte. Es hat schon alle von Ho-Jis-Siblen. Oh, nein. Es ist ein gigantischer Dragen. Es wird dich wie deine dumme Brüte. Was? Sie haben nicht meinen G-Kanon gewonnen. Lass ihn auf, Lo-Wang. So. Und was mache ich jetzt? Den Weg frei. Das sieht nicht gut aus. Sag mir nicht, ich muss da hinten rüberkommen. So. Okay. Ich habe da schon so einen Respekt vor. So. Hier die Station haben wir gespeichert. Was kommt? Na klar. So. Schöne Spaghetti. So. Jetzt kommt er hier. Jetzt kann ich euch weg machen. Wo sind da oben? Du wirst mir hin. What? Die können nur mit so einer Bumms-Kanone weggeholt werden. Okay. So. Dichter oben erstmal runtergeholt. Das Ding kann ich nicht nehmen. Boah. Das ist richtig mies hier mit so einem Loch in der Mitte. So. Alles wegschnitzeln, was hier kommt am kleinen Dingern. Was? Wie groß muss ich? Was? Ihr vergesst wer ich bin, oder? Wow. Die können aber echt einen Stiefel vertragen. Boah, Junge. Gib mir dein Auge. So. Und wo seid ihr jetzt? Fahrt zur Hölle. Bruder. So. Weg mit dir. Und weg mit dir. Wo sind noch welche? Dahinten ist noch einer. Bruder, du nicht mit mir. Fahrt zur Hölle. Ihr habt euch den falschen ausgesucht. So. So schnetzeln wir hier rum. Tschüssi Kowski. Und hier so ein dämliches Loch reinballern. Das kann ich ja gar nicht leiden. Ab zur nächsten Stage. Okay. Es wird immer interessanter. Moin Buddha. Du leuchtende Grünfratze, du. Jetzt da oben hoch. Ich hab nur immer Angst, dass... das gleiche ist. Ich will jetzt jetzt. Ich will leben mit meinen eigenen Regeln. Nicht meine Brüder. Nicht Zillen. Und definitiv nicht die großen, schädelige Basterde. Und wenn es eine Chance gibt, wieder ein Gott zu sein, ich nehme es. Das ist die Freiheit. Das ist die Freiheit. Um das zu tun, würden wir das nicht töten, sondern ihn für seine Macht beobachten. Aber wir machen das nicht. Okay. Wir schauen einfach mal, was wir hier machen können. Äh, Bruder. Verarsche. Wie soll ich da denn hochkommen? Darüber. Okay. Kanickel. Tschüss. Ja, wir haben keine Zeit für Braten. So. Und jetzt? Da oben rüber. Ist das ein holpriger Weg. Nicht. Aber jetzt sehr ernst. Wenn ich da hinten drauf schieße. Okay. Und wie immer habe ich nicht so viel Zeit. Ich kann hier nur Wandläufe machen. Und hier rüber. Jawoll. Ich hasse die Kaninchen mittlerweile. Also ich bin Tierfreund, aber das geht hier doch eindeutig zu weit, oder? Wow. Und schon wieder so ein Machtkampf? Nein. Es ist immer wieder derselbe Quatsch. Okay, na dann. What? Nee. Bruder, mit was kriegen wir den denn? Kriegen wir den nicht kaputt? Woppa. Boah. Alter. Jetzt sag mir nicht. Das kann nicht wahr sein. Ihr wollt... Das kann nicht. Ein in your face, Bruder. Und du gibst mir dein Auge. Das brauche ich. So, und wo seid ihr? So lange wie ihr noch gefroren seid. What? Bruder, du musst aufgeben, ey. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen... Woppa. Jetzt kommen die dämlichen Würmer wieder. Jetzt wird's hier richtig lustig. Ich krieg hier so richtig schön auf die... Fresse. Bruder, der muss doch... Irgendwann... Wohin? Das kann nicht der Ernst sein. What? So what helft mir? Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wo sie sind. Die müssen doch verrecken. Die gehen nicht kaputt davon, ey. Das kann nicht wahr sein. Woppa. Die gehen mir echt... ...auf den Sender. So, wo sind sie? Der geht nicht kaputt. Das ist echt weird, 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 weird. Die hauen mir richtig auf die Fresse. Die hauen mir richtig auf die Fresse. Gib mir dein Auge. So, wo sind sie? Wo, wo? Wo? Wooppa! Zittert ihr einen ab? Der geht nicht kaputt, ey. Das kann nicht wahr sein, oder? Da hinten war noch ein großer. Boah, die schmeißen aber auch. Brüder. Ich muss weg hier, ich muss weg hier. Ich bin kurz auf... Nein, ich bin gleich im Allerwertesten. Komm, gib mir Lebenskugeln. Nein. Das kann nicht... Was, Bruder? Das ist nicht wahr. Warum kriege ich die nicht? Dass ich die... Wow, die haben eine Menge Lebenskugeln für mich hier gelassen. Oh, das kann nicht wahr sein. Und dieses Scheißwürmer. Oh, und er da. Nein, hau ab. Er muss doch explodieren. Ey. Wir müssen doch diesen alten Wurm hier noch wegkriegen, oder? Was? So, weg mit dir, du Dreckstbiest. So, ich glaube, damit haben wir sie, oder? Huuuuh. Huuuuh. Anyway, my question is, will the world elect me king, once they realize how I saved everything with my beautiful dragon killing machine? That's not what I was about to. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet das nächste Mal wieder rein. In dem Sinne, peace out. Ich bin Gott.